Guten Abend, guten Morgen, guten Tag, gute Nacht und willkommen an alle, egal wer sie zuschauen. So, es geht weiter nach dem Special. Jetzt ist, wie schon gesagt, Part 11. Natürlich hat es schon nicht so viele Aufrufe, ich kenne noch nicht so viele. Ihr könntet es ändern. So, ich sehe gerade, ich habe Post in meinem Briefkasten mit Kohle drin, Kohle. Ich hoffe, ich möchte mein nächstes Leder verkaufen. Beben, 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 wenn ich mein nächstes Leder verkaufen konnte, ey, unglaublich wäre das. So, wir müssen ja, die Lightfests, die machen, die holen wir hinten an, ganz schnell. Und, und, was haben wir? Beides, ich glaube es nicht. Oh, wie geil ist das denn? Mit Level 9, neu angefangen. 34 Gold, so gehört es, das Leben. Fliegen wir auch gleich mal hinter uns, so. Ich hoffe, ich habe meinen Mikro nicht dumm gestellt, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ah, nicht dumm gestellt. Ich habe Angst gehabt. Was kann ich für euch tun? Oh, ich habe gerade noch daran gedacht, die Stoppuhr zu stellen. Ich wisst ihr, wisst ihr, ich habe irgendwie geklärt, der Stoppuhr. Hallo? So, ab geht's, Holzfäderlager. Mögen eure Reise. So. Los geht's. Oh, es tut beleid, dass ich heute noch heute Mittag, also ich kam erst 15 Uhr nach Hause, dass ich erst mal keinen Park gemacht habe. Ich bin ins Bett gefallen. Ich bin so erschöpft von dieser Woche. Boah, dann bin ich etwa 18 Uhr aufgewacht. Erst mal was. Kleiner ist gegessen und gar nicht gegessen heute. Ähm, also 18 Uhr habe ich nicht gegessen. Ähm, ich habe erst mal zu essen gemacht. Ganz schnell mal was. Und, ich sehe gerade, mein Mikro ist nicht unten. Ihr könntet mich, ich bin besser, oder? Nee, es ist nicht mehr. Moment. So, jetzt müsst ihr mich besser hören. So, das ist aber schon beim Holzfäderlager. Willi, komisch, weißen, schwarzen, grauen Wölfen. Weiter geht's. So, jetzt haben wir erst mal den komischen Kopf von denen. VioW ist nicht brutal. Nein, nein. Ich kenne viele, die kultisch VioW nicht bei der Handblut spritzt. Der Hubspritzt, wörtlich Blut. Zwar selten, vielleicht kommt hier. Ja, jetzt mag ich, da kommt selten Blut, ne? Äh, 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 äh. Naja. Ja, aber wo hat man schon öfterer einen Hund getötet als ein VioW? So, los geht's. Erstmal Feuerball, Ostblitz, Feuerschlag und zuletzt Arkan. Ach, guck mal weg hier. So, und Bärtschesser. Hält man schon mal den Kopf, hat man eine Quest schon. Ah, der Goldabholplan. So, was macht man? Gibt ihn, ein Holzverlager des Ostteils. Das trifft sich schon perfekt. Oh, entschuldigt mich, ich hab ganz schön stark geschnupfen. Meine Freunde nach Scharlach. Ähm, aber ich hab kein Scharlach. Ah, gut, jetzt kriegt man schon noch mehr. So, das Lichtsegel. So, ich hab's halt drauf. So, zerriss... Oh, nee. Das ist die Quest, die ich über alles hasse. Zerrissene Murloc Flossen. Ich hasse diese Quest so dermaßen, die sie nicht kennen, werden gleich wissen nicht so. Also, nur für erst. Überall sind da hinten Murlocs. Murlocs sind so eine Mischung aus Frosch und Fisch. Manche sagen Fischmensch. Meine Ahnung, was das darstellt. So, ja, sind sie. Irgendjemand schon gepächt ein bisschen, aber nur ein bisschen. Wollen wir erst mal anfangen. Ich hab, ich hasse die Quest so dermaßen. Als erstes kommt fast so gut wie immer zwei. Dann sind die Viecher so dermaßen schnell. Und dann trinken die auch noch. Und die sind überall hier verteilt. Das ist das nervigste von denen. Wenn du bis mal nach hinten gehst, könntest du schon wieder einen anderen Warlock auf deinen Buckel haben. Dieser Zauber ist noch nicht bereit. Ähm, das letzte Arzt hat er wieder getrunken. Oder trinken die keine Tränke mehr? Ich glaub nicht. Ich glaub, das hat auch ein Satz gemacht. Ähm, aber die haben... Es droppt jetzt viel, viel schneller, denke ich mal. Früher ist vielleicht jedes Viertel Vieh so eine Flosse getroppt. So. Ich hasse diese Viecher einfach so dermaßen. Da gibt's auch noch ein schönes Viertel von einem Warlock. Wer's nicht kennen, muss mal... ...youtuben. Äh, auch nee. Wir wollen natürlich kaputte Warlock flossen haben. Das ist natürlich das Wichtige. So, Wetter heute. Wetter heute war bewölkt, aber trotzdem warm. Ich weiß, beim Spielen interessiert euch auf jeden Fall das Wetter. So. Oh nee, die haben das Tropsystem immer noch so hässlich. Oh nee. Dann kommen wir zwei Parts für die Quest. Aber ich will die Quest zu Ende machen. Ich will ja unbedingt jede Quest... Da, da, das ist das, was ich meine. Das ist das. So. Ah, ich will jede Quest zu Ende machen. Da, ich bin so gut wie tot. Den kriegen wir noch. Das ist mir egal. Und wenn ich sterbe. Und ich sterbe auch. Ja. Ja. Deswegen hasse ich diese Quest. Oh mein Gott. Ruhig, ruhig, ruhig. Wir haben noch Zeit. Heute werden wir zwei oder drei Parts aufnehmen. So. Mal los. Jetzt ist Wochenende. Es ist Freitag. 18.56. Der 13. Heute ist Freitag der 13. Oh mein Gott. Das habe ich... Das weiß heute, glaube ich, noch... Gar keiner noch richtig geschnallt. Fällt mir auch gerade, dass wir so... Zufällig auf... Na, kein Wunder, dass ich hier gerade... Och man. Gestorben bin. Hallo, weiter. Komm, Winnie, komm. Und dann kann man die Viecher noch nicht mal häuten. Oh, bitte nicht zwei. Ah, gut. Geh weg. Wow. Ja, bei unserer Gürtel ist jemand an und hat auch noch einen Erfolg. Guck mal. Oh man, auch nett sein. Oh, ist schon tot. Nettes Vieh. Ganz, ganz nett. So. Frostblitz. Feuerschlag. Na. Ich kann genauso reden wie die. Dieser Zauberer ist noch nicht bereit. Die sind so hässlich. Haben die Deutsch? Och man. Na los. Na los. Na los. So. Komm. Die sprechen scheiße. Die sehen scheiße aus. Sie droppen scheiße. Sie sind scheiße schnell. Sie machen auch scheiß Schaden. Das ist bei denen noch beschiss, ne? Also bei denen ist gar nichts gut. Oh man. Aber ich möchte so einen Neulock-Plüsch. Das ist ein bisschen witzig. Oh ne. Es droppt so scheiße. Na los. Na los. Na los. Na los. Jetzt fragen sie, ob ich Hilfe brauche. Oh na los. Mensch. Na kommst du. Ey. Ich bin erst ein Einzelgänger an D.O.B. hier. Das geht mir da zwar nicht mehr, aber bei Quest-Täder schon noch gut. 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 Aber recht einfach und... Oh nein. Na los. Komm. Loller-Pfutterwiller. Klatsch. Klatsch. Und noch mal. Klatsch. Und dann klatscht es zweimal. Na. Sabor. Sabor. Lott. Kleine Stoffe. Ob wir das dann irgendwie in der Hacotek bekommen, müsste ich auch mal gern. Na los. Ach, wie oft ich heute noch los sage. Na los. Zwei natürlich, aber einer überlebt man. Oh ja. Komm. Bam. Oh man. Oh man. Oh man. Komischer Futterwühler. Haben wir jetzt eine? Immer noch zwei. Was? Ey. Ich habe vergessen, es aufzuheben. Ja. Not klar. Not klar. Okay, Tropen haben sie doch ein bisschen besser gemacht. Cool. Töten wir den auch. Ja, ja. Halt ich schon immer noch aus. Och nee. Liste. Das meine ich. Gegen zwei hat dann wirklich überhaupt selten Chance. Oh, Stufe 10. Es muss gefeiert werden. Wir haben endlich eine Null hinter unserer Zahl. Ey, jetzt, ey. Mit Level 10 kann man schon auf Schlachtfelder. Das passt. Das passt doch super. Na gehen wir mal gleich aufs Schlachtfeld. Bei Part... Okay, Part 12 wird ein Schlachtfeld sein. Oh, das ist sogar besser. Okay, mal gucken. Oh man. Ah. Okay, dann ist der Part erstmal rum. Und weiter geht's gleich. Und weiter geht's. Vielen Dank.